Willkommen zurück zu 7 Days to Dime Ich muss mal hier noch ein bisschen Clay abbauen Oder wie viel haben wir jetzt noch? Aha, noch ein bisschen Heute möchte ich nämlich auch mal in Defense weiterbauen Dann noch eine Runde Ja, ein bisschen nach oben Ja, ein bisschen nach oben Bisschen erhöht, ist das noch nicht Doch, noch nicht mehr So, wo haben wir jetzt? Ja, das sollte erstmal reichen Dann gehen wir erstmal Zu meiner kleinen Defense Wird ich da schon gebaut haben Gehen wir hoffen, dass der Bär jetzt so schnell ist Ja Typ Ah, siehst du mal, jetzt weiß ich was ich nochmal Hören wollte Naja Müssen wir nochmal So Äh Und dann So Da hab ich das auch schon fertig gebaut Ja 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 Auch wenn die erste Runde eigentlich durch ist Wollte ich dann auch mal Eine Milutour machen Dass ich so ein bisschen Werkzeug finde Machen wir mal Überlegen Ob ich denn gleich den Kram hier ringsherum ziehe Ob ich das jetzt von außen mache Oder von innen oder Ich weiß es nicht so recht Ich weiß es nicht so recht Ich weiß es nicht so recht Machen wir Ich weiß es nicht so recht das sind mit dabei Ich mache das jetzt nur noch zwei breit hier, den dritten mache ich nur, dass ich schön das ich da meine Dings setzen kann, also meine Kubis-Zoom-Frames erstmal Eins, Zwo, Drei Tum, 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 Tum Tum, Tum, Tum Tum Wollen wir das eigentlich hier irgendwo runter weg fahren Hallo, das ist ja mal Tum 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 Töne ich mal, wenn ich das Seite für Seite brauche. Jetzt kommt ein bisschen durchgehend. Wie werde ich das am Anfang tief machen, vielleicht schaffe ich es ja zähne tief. Weiß ich auch noch nicht. Oder erst mal bis aufs Grund hier steigen. Für die erste Rolle werde ich das hier oben wieder zumachen. Mit Foodframes und hoffen, dass die sich nicht durchbuddeln, aber denke ich mal nicht. Zuerst mal hier Töne. Ach der ist immer noch da drin. Schon mal eine Vorreiter machen. Ich habe das hier oben. Ich habe das hier oben. Und dann geht's. Da kriegen wir erstmal sehr viel Erde, naja. Da wollte ich ja noch gar nicht. Ja, das ist jetzt relativ stumpf, ziemlich eigentlich. Aber wir wollen schön langbuddeln hier. Muss man noch... Warte schön mal ganz mal. Kann ich mein links getränkt schon? Kann ich machen? Wie viel habe ich denn? Doch happiness! Gibt schon besser, aber nicht so, wie ich gedacht habe. ich überlege ob ich jetzt da schon bis runter erstmal Bauer oder Nein Schmerz Da wird immer das noch hier Ich habe meine Schaufel schon was kaputt Das wird immer so dass wir zumindest gleich nochmal eine Schaufel kriegen Lassen wir das gleich von Anfang an so Die fallen ja so oder so dünnerer Den hier runter Das in der Mitte wird ja so oder so dünnerer noch gemacht Ich weiß nicht So ein paar Stützen bauen wir hier auf jeder Ecke So ein paar Stützen bauen wir hier auf jeder Ecke So ein paar Stützen bauen wir hier So Girl Ist eigentlich das hier Wir haben nun etwas Calma Ange 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 So, das müssen wir natürlich auch nochmal fortführen dann. Das ist gut. So, das sind ja 14 Jahre. So, das wird wirklich besser. So, das ist ja schon. 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 Oh, das geht auch noch weiter. So, da muss ich nicht mehr kommen. Gucken wie ich hier rauskomme. Fertig gemacht, ist ja immer geil. Was brauche ich denn? 4, oder? 2, 2, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5, 6. 1, 2, 3, 4. Den kann ich jetzt zumindest noch ein paar... Äh... Quatsch hier. Okay. Wo ist der? Wo ist der? Wo steht einer in der Welt? Äh... Äh... 25 Stück. So... Da habe ich eigentlich noch dabei. Kann ich die eine schon mal drauf setzen? Kann ich da nämlich gleich weitermachen. Lass mal... Ja, da... Du nicht, du... So, dann kann ich jetzt schonmal was bei gesetzen, so wie es brauche, ich mache ja immer gerne 3 rein, dann wollen wir da auch immer schön reinbringen. So, dann haben wir hier schöne Schrägen gebaut und dann passt das alles so weit. So, dann können wir gleich hier reinbauen. So, dann können wir gleich wieder reinbauen. So, dann können wir gleich wieder reinbauen. Dass ich zumindest so wie ich jetzt hier tief bin erstmal ringsherum komme. Dass ich dann im Winter aber auch nachts das Ganze ausbauen kann. Das ist ja erstmal richtig soweit am Tag zu kommen. So, dann können wir gleich wieder reinbauen. So, dann können wir gleich wieder reinbauen. So, dann können wir gleich noch mal wieder reinbauen. So, dann können wir gleich noch mal reinbauen. So, dann können wir gleich wieder reinbauen. So, dann können wir gleich wieder reinbauen. ich mache es einfach mal ich brauche es auch mein ins her es wird eine verschwindung jetzt mal Was war denn hier? ich würde es doch mal machen ja inzwischen sitzt ja wenn wir noch platz oder ist mir einfach zu unsicher das hier drin erlässe ich aber so lustig da muss ich mal gleich gucken wie mir heißen ich habe es doch hier an das schöne bild von steam ganze so habe ich eigentlich immer das gebaut dann ist das schön abschließend keiner bleibt in dieser scheiß kante aber vorher kommt dann noch mal ganz genau so was an hier da werden sie nämlich dann nämlich an hier ankommen naja vorführen kommt die andere wand bleib erstmal stehen muss ich erstmal raus springen wir können dann erst weiter und dann rennen sie in den spikes oder zukünftig eben ein paar stoffwerke tiefer ja und jetzt sieht das hier ja ich muss nicht sagen besser aus aber das ist doch schon beruhigender wenn die dann ja doch es beruhigender wenn man wenn man da lieber ein block höher ist als jetzt normalerweise ich kann mich direkt drauf ziehen naja das macht sich ja schon mal schön ja das ist mir nett tief runter geworden so ich würde erstmal sagen das reicht erstmal wieder für eine Folge ja ich kann eigentlich schon sagen die nächste Baufolge wird dann also die nächste Folge wird auch wieder eine Baufolge hier geht ganz hin Hause weiter weil ich muss es erstmal am heutigen Tag zumindest so weit fertig kriegen dass es so ist nämlich dass ich mich hier schön im Geheimen eben schön weiter runter buddeln kann ähm 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 ja das kann ich ja nicht mal auch ja nächster Feuer wird ganz genauso weiter gehen und ähm dann sag ich erstmal bis dahin dann tschaui 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 tschaui